es die läuft so was machen wir jetzt hammer time mit wer macht ein hier bot ich oder lieber wer anders war mir egal also ich habe morales auch ich will aber auch jeder wir brauchen nicht als tank okay du bist als tank fest eingeplant na gut dann mache ich die moralis hier ich würde sagen ich würde vorschlagen jana moralis oder möchte jemand was anderes vorschlagen ja bitte ja aber nur nicht jetzt aber generell schon aber du kannst doch auch murat ihn spielen oder nicht murat von mir ist ein jennerin lieber ganz ehrlich womit du besser klar kommst ja auf jeden fall wenn ich mittlerweile auch dafür was soll ich denn für ein tank nehmen soll ich denn noch so einen richtigen faden tanken oder so ein tank also also von bunda war ganz okay bitte nicht die sonja wo haben wir anfangs weil ich kenne mit der sonja wie du spielst und das ist hast du jetzt erwischt ihn gebannt das war natürlich super grandios einmal mit profis arbeiten ja das kannst du bei marien vergessen das ist nämlich sonja episch sind wir eine amateur-truppe wenn ich Johanna nehme was dann nicht ganz so viel schaden das ist erledigt ja so dann nenne ich jetzt ETC ETC ist aber auch wieder so ein N-Gage-Tank ne weiß ich nicht ja ok mach es mach es tu es tu es ok die beiden Tanks würde ich sagen oder 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 um einen in die Hammer-Range reinzuziehen ja mach ETC ist gut wir haben ja auch noch Jaina ist ja auch eine kleine Kombination vorhanden im ETC jetzt tu es sehr schön sehr schön so unwrapped haben die nämlich noch gar nichts ja das ist auch noch ein Faktor und mit Jaina gibt es da auch eine kleine Kombination darf es halt nur nicht so extreme Placement machen mach ich nicht so ich bin 100km vom Team weg ganz vorne aber ich habe den besten Moshpit aller Zeiten gemacht oh ja genau das ist oder ein Moshpit auch sehr gerne einfach so random irgendwo wo keiner steht das kann er auch gut schichten aus dem paulaner Garten ja geil ja der Wind aus welcher Ecke von Deutschland kommst du? aus dem paulaner Garten? aus keiner Ecke aus Deutschland naa Österreich? jaa ah irgendwo im tiefsten irgendwo auf jeden Fall hört es sich sehr südlich an naa es wär bei uns eher östlich auf der Landkarte ich bin sozusagen deutsch österreichisch österreichisch deutsch übersetzter so ich geh mit dem Hammer mit oder was und der Rest hat Spaß oder wie? ja die haben ja nix gegen Moshpit außer vielleicht nur den Mongoleans dann ich bin den Plan sonst nicht ja optimal übrigens äh hab ich auch gesehen aber mega sorgbar euch das ja nicht zu sagen viele Hammer spielen auch ohne Siege im Teamfight ne? ja ja am Anfang kann man's machen finde ich aber wenn ähm nur objective defenden oder sowas natürlich nicht ja ja der Damage ist nämlich dergleichen und du hast ja keinen Splash ja genau und das hab ich auch nicht gewusst also ich hab's nicht gewusst wenn ich mir nicht das Video angeguckt hatte gestern welches Video? ein Video über Hammer aha den aktuellen oh Asmodan ist hier ich glaub die kommen hier nicht in dem Busch die Liming ist bei mir mhm mhm ooooh die Tracer ja in der Mitte können wir keinen killen jetzt sollte ich mal runterfahren aber der erste Mal ist auch still nicht killen ich glaub ich bleib einfach hier in dem Busch stehen warte bis die Tracer anfangen und versuch die Trader zu gank du wartest bis wir Level 10 haben dass du dann mussten kannst genau genau haha egal ob ihr hier seid und nicht äh 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 na komm wir müssen hoch hier ja 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 jetzt schon ja 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 gut, wir droppen jetzt im Level, weil die weiterzocken. Meinst du die Bombe, oder was meinst du? Ja diese Ulti, Alter, diese Anhaftbombe. Ja, das war sie. Was sagt die ETC auf Deutsch? Wirklich Helga? Was? Helga? Was? Habe ich jetzt nicht gerafft? Geht ja manchmal auch so festzubilden und so. Ich nicht. Ich hab den Comorntor. Wer denn? Ne, ich mein Comorntor. Ach, du dacht den Tor, den nimmst du dann auch immer. Ja, du kannst übertreiben. Nimm mal den Kübelchen da. Können wir das mal. Knap also range. Schade. Wow. Okay. Now to eben. Jetzt geht's das mal. Yeah. Okay. Okay. Macht ihr das Hardcamp, Geist? Ich muss einmal kurz zurück Okay, das mit dem Hardcamp wird glaube ich nichts mehr Wollte ich ja trotzdem machen Ja gut, dann machen wir das selbst Gut, dass ich mir vorher noch das Schild gedrückt habe Gönnt ihr Ja Jawoll Nein, nein Sind ja dann doch noch befallen Ja Da oben pusht das Hardcamp, sehr schnell Das sieht jetzt halt richtig gut mit dem AOE ist dran Warte ich komme, wir pushen das hier noch weg Nein Panda Bärchen Wenn wir gar nicht sowas können Nee, tötet mich die Tracer Mach sie nicht Bleibt stehen, ich kann Mod Keine Mana Ich bin auch ziemlich low Gut, dann äh Wollte treten Ich glaube Ja Die sind noch keine 10 Ja dann aber gib ihm jetzt Ja, wir gib ihm doch Genau Tja, ich bin leer, ich kann nicht viel heilen jetzt Und dann gehst du rücken, gehst du rücken Ja Ich achte darauf, dass die Tracer nicht nur ankommen Das war so weit so gut Ich hab auch Mule geskillt Nee, top ist wieder Repairing Action Aber der Asmonat, der wird aufmüpfig da, ne Lass ihm mal danken Danke Bitte schnell Das Mule ist nicht schnell genug Hohohoho Last Second Last Second Last Second Save Junge Junge Jetzt erstmal schön Mule drauf Ja, wenn der Mule nicht gewesen wären Leute, ne Ich würd sagen, wir machen noch mit Und dann gehen wir zum mittleren Tempel Geht das mal so Er hat alles geopfert, um das Gebäude zu kriegen Aber das Mule war schneller Hier auch Ah, der Bot geht an Ja, ja, klar, aber Da sollte man beim Boss gucken Ja Die sind alle nicht mehr runter, was ist da los? Ja, oder Boss, 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 Boss Haben die abgelassen, oder? Ja, ja, die haben was gebrochen Okay Okay the pf 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 Oh sorry Das ist noch bad von mir Hat mich das dann von Mowalim schon wieder fast gerichtet Die haben erstmal in die Tower gepusht, also naja War's okay Nicht so hart Warum? Weil von der sind tot Ja, zwei von der sind tot und die Weinschild ist außen Wir sollen jetzt sowieso in den Fight forsen, weil wir noch nicht Noch nicht Freize sind Das war gleich, aber Vielleicht den Mowalim unten Ja, hier oben den Sehr gut Hoch Kann es sich schon mal in eine gute Position bringen? Ich glaube nicht, dass sie kommen werden Können wieder Boss versuchen Dann werde ich mal nachbauen Oder Chen? Wer kommt besser weg? Ah, ich glaube ich komme Nee, ich kann so Mut, weil ich die Ulti nutzen Komm Ich glaube ich komme auch weg Mosh bitte einfach zu sein, bringt ein bisschen Zeit So Nee, die kommen nach oben Ah, die kommen dann so auch Ah, ich wollte gerade stimmen Ah, okay Kommt in meine Range sonst Hm Ja Nice, aber Moshpit Wollen wir einen Boss nehmen oder reichen 20 Sieg von mir? Hm, doch doch, machen wir Ja Dann sind wir auch Ja Weil hier auch keine 16 wird Mhm Ja Daven, du solltest trotzdem kommen, falls du versuchst Ja 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 Also Ja 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 Ja, lass mal weiter pushen, wir haben einen Hämmer. Ja, lass es mit dem Boss pushen, lass es mit dem Boss pushen. Okay, okay. Wir werden nichts machen können eigentlich. Okay. Fängst nach vorne. Ja, vor allem zusammenbleiben. Ja. Ups. Ich weiß nicht, aber dafür das Shield zu verwenden ist auch loser. Haha. Ich geh ziemlich low on Mana jetzt. Oh, weiter pushen. Ja. Ich wollte nur Bescheid sagen, bevor gleich geschrien wird. Nicht mal Mana für Stim. Stim? Wenn ich brauche jetzt Mana. Dann wieder Maschinen. Das Schöne ist, wir können überhaupt nicht engagen. Wir können schön auf range den Ding kaputtglocken. Ja. Stim? Ich glaube, da bleiben wir bei. Ist eigentlich einer gestorben? Ich habe einmal reingefiedelt. Ach ja, stimmt. Ah, wieder, wieder. Also Familie her lief das eigentlich ziemlich gut, glaube ich. Allgemein lief das ziemlich gut. Trotz Mario. Sehr gut. Das ist ein bisschen bei uns. Ja, das ist ein bisschen bei uns, aber es ist...